Hallo, mein Name ist Daniel. Ich bin Inhaber und Betreiber der Webseite elektrosmoganalyse.com. Ich erstelle einen Datenkatalog. Dieser beinhaltet alle gesammelten Umweltmessdaten. Wenn Sie eine Nachricht von mir bekommen haben, bedeutet das für Sie, dass ich bedenkliche Elektrosmog-Messergebnisse herausgefunden habe und die Aufnahme in unseren Datenkatalog nun erfolgt. Alle Messergebnisse können von mir direkt bezogen werden. Hierfür benötige ich lediglich die gewünschte Adresse, für die Sie sich interessieren, also eine Straße und eine Hausnummer. Rufen Sie mich aber diesbezüglich am besten an. Meine Telefonnummer finden Sie auf der hinterlassenen Benachrichtigungskarte oder auch unter diesem Video. Abschließend möchte ich Sie für das Thema Elektrosmog sensibilisieren. Elektrosmog wirkt und ist gefährlich? Zurzeit bekannte gesundheitliche Folgen sind Kopfschmerzen bis starke Kopfschmerzen, Sehstörungen, Gedächtnisverluste bis hin zur Demenz, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Blutkrebs, Zellerkrankungen, Tumore, vor allem Hirntumore, Krebs in all seinen Facetten, Fehlbildungen und Frühgeburten, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie Stoffwechselstörungen in mannigfaltiger Form. Anzumerken sei, in jedem deutschen Haushalt gibt es mittlerweile mindestens drei elektrische Verbrauchs- bzw. Versorgungsquellen, die extrem gesundheitsbeeinflussend und tatsächlich krankmachend wirken. Wie stark ist Ihr Haus vom Elektrosmog betroffen? Dies können Sie jetzt direkt vom Fachmann testen lassen. Hierfür rufen Sie mich einfach an und wir vereinbaren einen Termin bei Ihnen vor Ort und ich ermittle dann die genauen Ursachen bzw. die Herkunft stark beeinflussender Strahlenwerte. Oft sind diese krankmachenden Einflüsse, wenn sie denn bekannt sind, schnell und ohne viel Zeit und Kosten zu mindern oder gar gänzlich zu beseitigen. Der Einsatz von hochempfindlicher und so genau wie möglich arbeitender Messtechnik ist hierfür von Vorteil und beschert Ihnen großen Nutzen. In diesem Sinne darf ich mich nun von Ihnen wieder verabschieden, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffen Sie bald in einem persönlichen Gespräch wiederzutreffen. Also bleiben Sie mir gewogen. Ihr Daniel von www.elektrosmoganalyse.com Ciao Ciao Ciao